Herzlich willkommen hier bei der Firma Walterschneider in Ferndorf. Mein Name ist Stefan Wicker, ich bin verantwortlich für diesen Standort und ich wollte Ihnen noch einfach mal den Standort präsentieren. Kommen Sie mit rein. So, hier sind wir nun bei uns in der Gebrauchtwagenausstellung. Wir verkaufen hier circa 350 Gebrauchtwagen im Jahr, überwiegend Volkswagen, Jahreswagen, aber auch von unserer Konzernmarken Seherz, Koda und Nutzfahrzeuge. Das war der Ausflug in den Verkaufsraum, nun gehen wir rüber in den Service. Hier sind wir nun im Servicebereich angekommen, hier finden die Fahrzeugannahmen morgens statt von den Reparaturen. Letztes Jahr waren es circa 11.000 Werkstattdurchgänge, Reparaturen aller Art von über E-Mobilität bis Verschleißreparaturen zu normalen Wartungen. Gleich geht es weiter in die Werkstatt. Ja, das war der kleine Durchgang durch unsere Werkstatt. In der Werkstatt arbeiten wir mit acht Monteuren, vier Gesellen und die Jungs geben täglich ihr Bestes. Ich hoffe, der kleine Rundgang hat Ihnen gefallen und ich konnte Ihnen unser Autohaus hier oben schön präsentieren. Freuen Sie sich auf die nächsten Tage bzw. Wochen, die anderen Standorte folgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.